Natürlich soll auch von euch jeder etwas nach Hause nehmen, auch ihr bekommt eine Flakette. Ich rufe die Mannschaften der Reihe nach oben und bitte dann jeweils einen Spieler oder eine Spielerin nach vorne, um dann die Flakette für die Kollegen abzuholen. Und zwar haben wir einmal FV Kroge-Erlendorf. Wo seid ihr? Dann haben wir Tutsch Neukirchen. Tutsch Neukirchen, wie gesagt, ich bin jetzt beim Jahrgang 2001. Dann Brotweich Fischbeck. Weiter geht's mit Grünweich Drogdorf 2. Dann geht es weiter mit Grünweich Drogdorf 1, Jahrgang 2001. Wo seid ihr? Grünweich Drogdorf 1. Die nächste Mannschaft VFL Eute 1. VFL Eute. Auch ihr bekommt eure Flakette. Weiter geht's mit FV Osterfeinde. Das nächste Mannschaft. Dann geht's weiter mit Blau-Weiß-Landführ. Dann geht's weiter mit Blau-Weiß-Landführ. Dann geht's geb Du Exact 2, Jahrgang 2001. Dann geht's weiter mit B過- TED-V.